Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In dem heutigen Video geht es um das Ausrechnen von sogenannten Linearkombinationen. Zwei Beispiele hierzu, ein super einfaches Beispiel als Einstieg und ein etwas schwereres Beispiel. Doch ich verspreche dir vorab, das Thema ist nicht sonderlich schwer. So viel vorweg, ich würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los. Also, hier erstes Beispiel, du siehst jetzt hier diese Linearkombination aus diesen beiden Vektoren, wobei der zweite Vektor auch noch mit einer Zahl mal genommen wird. Wichtig ist, auch in der Vektorrechnung gilt die Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das wiederum bedeutet, wir müssen uns als erstes hier um diesen hinteren Teil kümmern, also um zweimal dieser Vektor. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie rechne ich es denn aus, wenn ein Vektor mit einer Zahl mal genommen wird? Den ersten übernehme ich einfach, weil Punkt-vor-Strich-Rechnung, genau so. Und du multiplizierst einen Vektor mit einer Zahl koordinatenweise. Das heißt, im Endeffekt nimmst du die erste Koordinate mal 2, die zweite Koordinate mal 2 und die dritte Koordinate mal 2. Dazwischen bleibt das Rechenzeichen stehen. Ja, 2 mal 0 ist immer noch 0, 2 mal 3 ist 6 und 2 mal 4 ist 8. Damit ist der erste Schritt abgearbeitet und wir kommen zum zweiten Schritt. Jetzt können wir diese beiden Vektoren plusrechnen. Und auch die Addition, das heißt die Plusrechnung, die funktioniert zeilenweise. Das heißt, für das Ergebnis oder für die x-Koordinate des Ergebnisses rechnest du die beiden oberen x-Koordinaten plus. 1 plus 0 ist 1. Dann für die y-Koordinate oder für die x2-Koordinate des Ergebnisses, je nachdem wie der das in der Schule betitelt mit x, y und z oder mit x1, x2, x3, rechnest du die mittleren beiden Koordinaten plus. 2 plus 6 ist 8. Und dann dementsprechend genauso die unteren beiden. Minus 1 plus 8 ist 7. Damit ist auch schon das erste Beispiel abgearbeitet und wir kommen zum zweiten Beispiel. Hier habe ich mir eine kleine knifflige Sache überlegt. Und zwar habe ich jetzt hier vor diesem ersten Vektor ein Minuszeichen hingeschrieben. So ein Minuszeichen kannst du einfach so übersetzen, dass da steht minus 1 mal der Vektor minus 3, 2, 1. Das heißt, für die erste Koordinate rechnen wir dann minus 1 mal minus 3, das ist 3. Für die mittlere dann minus 1 mal 2, das ist minus 2. Und für die untere dann minus 1 mal 1, das ist minus 1. Damit haben wir schon diese Malrechnung abgearbeitet. Jetzt siehst du hier wieder eine Malrechnung und es geht auch immer noch Punktvorstrichrechnung. Hier 4 mal 1 ist 4, 4 mal 0 ist 0 und 4 mal 1 ist wieder 4. Und hier hinten, das ist so eine kleine Fehlerquelle. Mein Vorgehen ist immer folgendes. Ich lasse nicht das Minuszeichen stehen, sondern ich schreibe ein Pluszeichen hin und ziehe diese komplette minus 2 auf die Koordinaten. Das heißt, meine Rechnung wird jetzt sein, minus 2 mal 0 für die erste Koordinate, dann minus 2 mal minus 1 für die zweite Koordinate und minus 2 mal 2 für die dritte Koordinate. Eine Alternative ist, du lässt ein Minuszeichen stehen und ziehst nur die 2 in diesem Vektor rein. Dann rechnest du 2 mal 0, 2 mal minus 1, 2 mal 2. Wie gesagt, ich persönlich habe hier lieber ein Pluszeichen stehen und rechne dann minus 2 mal 0, das ist 0. Minus 2 mal minus 1, das ist 2. Minus 2 mal 2 ist minus 4. Genauso. Und jetzt, wenn du drei Vektoren plus rechnest, rechnest du einfach alle drei oberen Koordinaten plus. 3 plus 4 plus 0, das ist 7. Und alle drei mittleren. Minus 2 plus 0 plus 2. Minus 2 plus 0 ist immer noch minus 2. Minus 2 plus 2 ist 0. Und jetzt die unteren drei. Minus 1 plus 4 ist 3. 3 minus 4 ist minus 1. Und das ist dann auch schon das Ergebnis. So berechnet man im Allgemeinen Linearkombinationen von verschiedenen Vektoren. Denk also an Punkt-vor-Strich-Rechnungen. Ein Minuszeichen kannst du jederzeit in den Vektor reinziehen, indem du all seine Vorzeichen umdrehst. Also aus minus 3 wird plus 3, aus 2 wird minus 2, aus 1 wird minus 1. Und wenn du so eine negative Zahl mit einem Vektor multiplizierst, würde ich, und ich glaube, das ist Fehlerunanfälliger, besser gesagt, ein Pluszeichen hinschreiben und jede Koordinate mit dieser negativen Zahl malen. Es gilt wie immer, du musst nicht mitschreiben. Du kannst dir dieses Rechnungsbild, welches jetzt hier entstanden ist, kostenlos herunterladen. Den Link packe ich dir wie immer in der Videobeschreibung oder wenn du hier oben auf dieses i klickst. Und ja, ich würde mich wie immer freuen, wenn du dieses Video, den Kanal mit deinen Mitschülern, mit deinen Freunden, mit allen Menschen, die irgendwie Mathe machen müssen, teilen würdest. Das unterstützt mich bei meiner Arbeit. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare deine Video-Wünsche. Dann weiß ich, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll. Und jetzt war's das. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg im Lernen. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg im Lernen.